Wohnen ist tatsächlich die soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil die die Sprengkraft hat, die Gesellschaft auseinanderzureißen. Die Bayerische Verfassung sagt eines vorweg, Artikel 106, die sagt, dass die Kommunen und das Land bauen muss. Wir haben in der letzten Legislaturperiode im Landtag, glaube ich, fünfmal beantragt eine Bayerische Wohnbaugesellschaft, so dass sich die Kommune baut, der Bund baut und auch das Land. Das Problem daran ist, und jetzt fällt uns noch was Zweites auf die Füße, ist, dass 2013 im Rahmen des Landesbankdesasters staatliche Wohnungen verkauft wurden. Und zwar 33.000, was echt eine Menge Holz ist, das sind 85.000 Menschen. Aber vor allen Dingen, diese 33.000 Wohnungen wurden damals dem freien Markt zum Fraß vorgeworfen. Die GBW-Wohnungen hätten damals auch an ein kommunales Konsortium verkauft werden können. Personen, die hatten sich auch dafür interessiert. Die hätten aber nicht die Marktpreise zahlen können. Und da war der ganz offensichtliche Beschluss von Söder, nee, ich will Marktpreis haben. Und jetzt übrigens, nachdem er weiß, dass er sozusagen der Lüge ertappt ist, sucht er eine andere Begründung und sagt allen Ernstes im Moment, ich musste verkaufen, sonst wäre die Bank endgültig bankrott gegangen und das wäre noch teurer gewesen. Erklär mal jemandem auf der Straße, dass du die Milliarden für die Bankenrettung hast, aber die Mieterinnen und Mieter müssen über die Klinge hüpfen. Die Mieterinnen und 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 Mieterinnen und